Abfahren, fährt ab, ist abgefahren, hat abgefahren. Wann fährst du morgen ab? Ist der Zug abgefahren? Der Zug fährt pünktlich um 4 Uhr ab. Der Zug fährt pünktlich um 4 Uhr ab. Achtung an Gleis 17. Der Zug München Paris, fährt jetzt ab. Achtung an Gleis 17. Der Zug München Paris, fährt jetzt ab.